Ich war schon mal da und ich muss sagen, Gefühle von himmlischem Frieden hatte ich nicht. Obwohl der Platz des himmlischen Friedens, der Platz des himmlischen Friedens mitten in Peking, echt verdammt groß ist. Verdammt, verdammt groß. Angeblich der größte befestigte Platz der Welt. Aber es sind halt auch einfach eine Menge Menschen da unterwegs. Touristen, vornehmlich chinesische Touristen, die zum Beispiel zum Mao-Mausoleum wollen oder in die verbotene Stadt, die auch nicht wirklich verboten ist, auch arschvoll. Insgesamt aber doch alles sehr geordnet und friedlich auf dem Platz des himmlischen Friedens, auf dem Tiananmen. Wenn in China nämlich heutzutage noch demonstriert wird, dann passiert es aktuell eher in Hongkong und zwar weit entfernt von Peking. Aber vor 30 Jahren, da hat die ganze Welt auf diesen Platz des himmlischen Friedens geschaut, als sie schätzungsweise eine Million Menschen auf diesem, wie erwähnt, verdammt großen Platz befanden. Am Ende sollten hunderte oder sogar tausende ums Leben kommen allerdings bei diesen Demonstrationen. Die genauen Zahlen kennt man nicht und auch das ist Teil des Problems an der ganzen Geschichte. Darum geht es hier heute in eine Stunde History. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Matthias, Nihao. Sei gegrüßt, ich kann das nicht. Ja, reicht doch. Und mehr kann ich auch nicht, als mal gerade Hallo sagen. Also das waren jedenfalls Studenten damals, Matthias. Junge Leute, die keinen Bock mehr auf China hatten, so wie es war. Nicht nur aus China kennt man sowas, dass die Studenten auf die Straßen gehen, aber da gucken wir uns das heute an. Im Jahr 1989 nämlich, vor 30 Jahren, kamen sie auf dem Platz des himmlischen Friedens zusammen. Es war aber nicht das erste Mal, dass es in China sowas wie eine Oppositions- oder Gegenbewegung oder was auch immer gab. Ja, ich habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht. Wir würden natürlich nicht einen einzigen Punkt feststellen, an dem das losgegangen ist, aber ich habe mal einen gefunden. Das war 1978, also schon doch auch elf Jahre vorher. Da gab es in Peking eine sogenannte Mauer der Demokratie. Demokratie, das waren aneinandergestellte Wandzeitungstafeln und auf diesen Wandzeitungen wurde Kritik an dem damaligen System geübt, vor allem an der sogenannten Viererbande. Diese Viererbande hatte nach Maros Tod die Macht im Lande so ein bisschen übernommen und hatte eben Dinge getan, die dort kritisiert wurden. Das gefiel den damaligen Machthabern nicht und die verlegten diese Wandzeitungsmauer drei Jahre später in einen Park. Vor diesem Park wurden dann Zugangskontrollen gemacht, man musste einen Ausweis vorzeigen, man musste sagen, wer man ist, man wurde notiert. Also es war nicht mehr ein offener Zugang und der wurde dann endgültig geschlossen, nachdem tatsächlich dann offene Kritik an der damaligen Regierung dann tatsächlich auch veröffentlicht wurde. Und dann passierte das, was man kennt, nämlich Verhaftungswellen. Also Leute, die das besuchen wollten, wurden festgenommen und gefragt und in die Knäste Pekings gesteckt. Und sehr viele Leute sind verhaftet worden, aber die Ideen, die auf diesen Wandzeitungstafeln gestanden haben, die blieben natürlich weiter. Und die Aktivisten, die wurden dann irgendwann entlassen, die gab es natürlich auch weiterhin. Und 1986, also drei Jahre bevor das stattgefunden hat auf dem Platz des himmlischen Friedens, gab es eine riesige Demonstration für chinesische Verhältnisse, nämlich 70.000 Gegendemonstranten sozusagen gegen den Staat. Und die Reaktion war dann von Staats wegen Verbote, Nachrichtensperre und natürlich Verfolgung. Du hast gerade Mao angesprochen, Mao Zedong. Über den haben wir auch schon mal eine ganze eine Stunde History gemacht. Über den großen Vorsitzenden, der das Land kommunistisch umgekrempelt hat. Wenn ihr das euch anhören wollt, sucht mal in unserem Archiv rum, sucht einfach nach Mao, dann findet ihr das schnell. Wir reden jetzt über die Zeit nach Mao, Matthias. Wie ging es denn China, so ab 76 dann? Ja, die Nachfolge war gar nicht so einfach, denn das wurde ein Nachfolger bestimmt, der weithin unbekannt war, nämlich Hua Guofeng. Den wird kaum einer von uns noch kennen. Den kennen wir auch nicht. Aber seinen parteiinterner Kritiker und Widersacher, den kennen wir alle, nämlich Deng Xiaoping. Und Deng Xiaoping betrieb vom ersten Moment an sozusagen die Absetzung dieses Mannes. Und Deng Xiaoping war so eine Art Reformer. Er verfolgte den Kurs der sogenannten vier Modernisierungen. Die bestanden darin, dass man den Opfern der Kulturrevolution eine Entschädigung zubilligen wollte. Man wollte die ökonomischen Freiheiten in China erweitern, also so ein bisschen Richtung marktwirtschaftliche Reformen gehen, gegen die Planwirtschaft, die bis dahin dort herrschte. Und natürlich wollte man Frieden mit Japan, dem Nachbarn schaffen und man wollte ausländische Investoren zulassen. Also Opfer der Kulturrevolution, so ein ganz wichtiges Stück Kommunismus, sag ich mal, entschädigen. Das Land öffnen für ausländische Investitionen und marktwirtschaftliche Reformen, Matthias. Das klingt für mich alles nicht nach Kommunismus. War die kommunistische Partei einverstanden? Nein, die war nicht einverstanden. Es gab natürlich parteiinterne Kämpfe, es gab diejenigen, die das reformerisch machen wollten und es gab natürlich auch die Hardliner. Und einer, der auf der Seite der Reformer war, das war jemand, den kennen wir auch kaum noch, nämlich Hu Yaobang. Der war der erste Generalsekretär der chinesischen kommunistischen Partei. Davor gab es das gar nicht, weil alles zusammen konzentriert war in der Hand von Mao. Und dieser Yaobang, der wollte die liberalen Reformen innerhalb des Systems in China durchführen. Aber die Hardliner in der Partei, die waren gegen ihn und sie sagten, dass wenn du das tust und wenn du diese Reformen durchführst, dann wird das für uns alle negative ökonomische und soziale Folgen haben. Das war so ein Schlagwort, also die negativen ökonomischen Folgen. Und 1986, hatten wir gerade gesagt, gab es eine große Massendemonstration. Das war dann der Anlass, um diesen Hu Yaobang 1986 zu stürzen. Drei Jahre später stirbt der Mann eines natürlichen Todes, nämlich an einem Herzinfarkt. Und die Studenten dachten, da ist irgendwie nachgeholfen worden. Und sie fingen wieder an Wandzeitungen zu machen und dort schrieben sie einen Satz drauf. Wir werden dich nie vergessen. Wir werden ewig deinem reformistischen Weg folgen. Und das war natürlich massive Kritik und das konnte sich die chinesische KP nicht gefallen lassen. Und dann sind wir auch schon angekommen im Jahr 1989, wo es dann richtig heiß wird. Eine Million Menschen auf dem verdammt großen Platz des himmlischen Friedens. Eine Stunde History hier. In Berlin Studentenproteste. In der Türkei Studentenproteste. In Frankreich und England und in Ungarn Studentenproteste. Das sind Proteste, über die wir hier schon mal gesprochen haben in einer Stunde History. Von denen sich ja auch der ein oder andere hier in Deutschland ganz sicher schon mal gehört hat. Aber sowas gibt es eben auch sehr weit entfernt am anderen Ende der Welt. In China nämlich. Auch wenn es bei China, vielleicht beim Wörtchen Protest, nicht immer sofort bei jedem von uns Klick macht. 1989 sah das allerdings sehr, sehr anders aus. Es wird demonstriert im großen Stil mitten in Peking. Und Veronika von Borries lässt uns daran teilhaben. Gestandene Männer brachen in Tränen aus und konnten nicht mehr weiter berichten, was sie diese Nacht auf dem Platz am himmlischen Frieden oder in seiner Nähe gesehen hatten. Was dieser Reporter des RIAS am 4. Juni 1989 aus Peking berichtet, ist das Ende. Das Ende einer politischen Bewegung, die nur wenige Monate vorher ganz China ergriffen hatte. Die gerade für junge Menschen ein Grund zur Hoffnung war. In dieser Nacht wird sie plattgewalzt. Angefangen hatte alles anderthalb Monate vorher, Mitte April, mit dem Tod des Parteifunktionärs Hu Yaobang. Er hatte sich dafür eingesetzt, das Land nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch zu öffnen. Hu war damit gescheitert. Aber als er stirbt, gehen in Peking Tausende auf die Straße, vor allem Studenten. Sie sammeln sich auf dem zentralen Platz Pekings, dem Tiananmen, und zeigen, Hu's Ideen sind immer noch beliebt. Die chinesische Staatsführung versucht erstmal, die Proteste zu ignorieren. Aber es werden immer mehr. Nicht nur in Peking. Studenten, Arbeiter, Intellektuelle, jeden Tag versammeln sich mehr Menschen. Einige richten ein Camp auf dem Tiananmen ein. Sie diskutieren und fordern. Gestern sprachen wir über Demokratie, Min Zhou. Min bedeutet Volk, Zhou bedeutet Herr. Also müssen wir die Herrschaft übernehmen. Trotzdem sehen sich die Demonstranten nicht als Gegner des Einparteienstaates. Sie wollen das System verbessern, es ehrlicher, transparenter machen. Die Hymne des weltweiten Kommunismus, die Internationale, das ist ihr Lied. Die Staatsmacht aber ist überfordert. Soll man mit den Studenten reden? Oder nicht? Schließlich erscheint am 26. April in der Parteizeitung Renmin Ribau ein Leitartikel. Dies ist eine geplante Verschwörung. Ihr Ziel ist es, ein für allemal die Herrschaft der kommunistischen Partei und das sozialistische System abzuschaffen. Wenn wir diese Störung tolerieren oder sie gewähren lassen, dann wird ein ernsthaftes Chaos entstehen. Aus einem China mit einer leuchtenden Zukunft wird ein chaotisches China ohne Zukunft. Das ist eine deutliche Drohung. Und eine Eskalation. Tausende Aktivisten treten aus Protest in den Hungerstreik. Das Lager, auf dem Tiananmen, wächst. Als am 15. Mai der sowjetische Staatschef Gorbatschow zum Staatsbesuch kommt, muss das Besuchsprogramm geändert werden, wegen der Demos. Es ist eine Ohrfeige für die chinesische Führung, vor den Augen der internationalen Presse. Innerhalb der Partei ist man sich jetzt einig, die Protestbewegung muss beendet werden. Am 20. Mai verhängt die Parteiführung das Kriegsrecht über Peking Truppenrollen in die Stadt. Zu Hunderttausenden gehen die Bewohner auf die Straße. Sie diskutieren mit den Soldaten, sie reichen ihnen Tee und Eis, Sie erinnern sich an ein Sprichwort aus den Zeiten der chinesischen Revolution. Die Soldaten der Volksbefreiungsarmee sind wie Fische. Das Volk ist das Wasser. Für Chinesen ist es unvorstellbar, dass ihre eigene Armee gegen sie Gewalt anwenden könnte. Und sie behalten Recht. Die Truppen ziehen unverrichteter Dinge ab. Die Staatsführung ist schon wieder planiert. Das stärkt die Hardliner. Sie setzen ein letztes Ultimatum. Räumung des Tiananmen bis zum 3. Juni. Aber der Platz bleibt besetzt. Die Stimmung ist angespannt. Aber Angst haben die Demonstranten nicht. Dann kehrt die Armee in die Stadt zurück. Und diesmal passiert das Unglaubliche. Die Soldaten schießen. Frustrierte Bürger reißen Soldaten aus Fahrzeugen und lünchen sie, setzen Panzer in Brand. Aber am Ende ist es ein ungleicher Kampf. Stöcke, Steine und Molotow-Cocktails gegen Panzer und Sturmgewehre. Die Bürger Pekings und die westliche Presse sind fassungslos. After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. Bis zur Stunde kann sich niemand ein genaues Bild von der wirklichen Zahl der Opfer machen. Aber nach allem, was im Laufe des Tages an Informationen zusammenlief, muss es ein hoher Blutzoll gewesen sein. Auf dem Tiananmen selbst hat es wohl keine Toten gegeben. Die letzten Studenten dort ziehen ab, als sie erkennen, dass Widerstand zwecklos ist. In anderen Teilen der Stadt aber sterben viele. Die genaue Zahl wird wohl niemand jemals erfahren. Schätzungen gehen in die Tausende. Offiziell ist von mehr als 200 toten Soldaten und Zivilisten die Rede. Veronika von Bories über das Tiananmen-Massaker 1989 in eine Stunde History. Und was kommt danach? Viele trauen sich, das Maul aufzumachen, gehen auf die Straßen, aber werden letzten Endes dafür umgebracht. Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989, eine Stunde History. Ja, aber was kommt dann eben danach? Darüber reden wir mit Astrid Freieisen. Sie hat in China studiert und war später auch Korrespondentin für die ARD in China. Hallo Astrid. Hallo Markus. Fangen wir doch erstmal noch 1989 an. Wie hast du das damals als Studentin alles wahrgenommen? Ich war damals gerade im ersten Studienjahr und es war die erste Demo meines Lebens, die ich mitgemacht habe. Das war damals in Würzburg. Wir sind mit Plakaten durch die Innenstadt gezogen. Wir waren alle total schockiert, weil China war so interessant für uns. Wir hatten gerade begonnen zu studieren. Wir waren damals der größte Studienjahrgang, der in der Sinologie in der Universität begonnen hatte, mit 20 Studenten. Heute sind das um ein Vielfaches mehr. Und im Jahr danach waren es dann nur noch vier oder fünf. Also man hat gesehen, das hat die Leute nachhaltig bewegt und die Leute bewogen zu sagen, nee, das wollen wir dann doch nicht genauer wissen, wie dieses Land funktioniert. Du hast es dann aber trotzdem gemacht. Bis 1992 glaube ich, dann als Studentin nach China gegangen. Wie hast du das Land dann erlebt, als du da angekommen bist? Also man hat schon noch gemerkt, dass es anders war, als man es sich vorgestellt hatte. Man hat ja gewusst, dass da eine große Reformbewegung im Gang gewesen war und man hat gehofft, dass es da eine große Offenheit geben würde. Aber das war dann nicht mehr so. Also zum Beispiel, wir waren in einem Rockkonzert von einem der führenden Rockmusiker in China. Und das war natürlich so, da war alles total bestuhlt. Das war man als Student gar nicht gewohnt. Und es waren überall auch Soldaten oder bewaffnete Polizisten in der Konzerthalle. Das war so ein bisschen gespannt, die Atmosphäre. Das war alles nicht so leicht und locker, wie man das im Westen gewohnt war. Also von daher, man hat gespürt, dass hier irgendwas Einschneidendes passiert war und es hat überhaupt niemand drüber gesprochen. Das war damals schon ein komplettes Tabu. Das finde ich einfach unglaublich, weil ich meine, je nachdem, wen man fragt, gab es hunderte oder tausende Tote zu betrauen an diesem Tag. Und im eigenen Land spricht niemand über diese tausenden Toten. Wie konntest du dir das erklären damals? Naja, das war mit Händen zu greifen, dass das ein Schock für die gesamte Bevölkerung offenbar war. Also die Chinesen waren ja aufgewachsen in Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft mit Massenbewegungen, die immer tausende oder Millionen von Toten hervorgerufen hatten. Also sie waren gewohnt, dass Brutalität sehr schnell ausbrechen konnte und dass man dem nur entgehen konnte, wenn man absolut seinen Mund hielt. Und das war dann eben auch nach 1989 der Fall. Die Leute, die angefangen hatten, Freiheit zu spüren, die haben dann gedacht, okay, es ist wie früher, wir sagen lieber nichts. Und es wurde tatsächlich komplett totgeschwiegen. Je länger die Zeit dauerte, desto erfolgreicher war die Führung darin, dieses Ereignis totzuschweigen. Ich habe einen Kollegen erlebt, der hat mir mal erzählt, dass er als Kind das schon noch miterlebt hatte und er hatte die Erinnerung nicht verdrängen können. Und als er dann selber Student war und das Internet begann, verfügbar zu sein, hat er dann recherchiert in internationalen Medien und hat mitbekommen, Mensch, da sind tausende von Studenten in meinem Alter wahrscheinlich umgebracht worden. Und er hat begonnen, seine Kommilitonen zu fragen, was ist denn da los gewesen. Keiner hat es richtig gewusst und es wurde aber dann denunziert, was er gesagt hatte. Und er hatte riesiges Glück, dass er nicht der Universität verwiesen wurde, weil er nachgefragt hatte. Das war jetzt erstmal der Blick nach innen, was in China selbst passiert ist, als du dann auch da warst und das erlebt hast. Aber wie hat denn der Rest der Welt eigentlich damals auf China erlebt? Wir haben ja schon auf jeden Fall in der Sendung von Waffenembargos gehört, aber das war vielleicht auch nicht alles. Ne, das war natürlich nicht alles. Es gab im Westen natürlich riesengroßes Entsetzen. Die westliche Welt hat komplett protestiert dagegen. Und es wurden zum Beispiel Kredite, die China von der Weltbank bekommen sollte, was natürlich die Entwicklung fördern sollte. Das wurde infrage gestellt. Es sind sehr viele Programme des Austauschs erstmal gestoppt worden mit China. Also Austausch von Politikern, Austausch von Organisationen. Natürlich auch Wirtschaftsorganisationen waren auf einmal viel zurückhaltender. Es ist auch die Wirtschaftsleistung zurückgegangen. Man hat dann kurzfristig gespürt, dass es fast wieder so schlimm war wie nach der Kulturrevolution vor über zehn Jahren. Also es hat alles gestockt. Die Touristen sind nicht mehr gekommen. China hat wirklich gemerkt, vor allem die westliche Welt, die hat gesagt, das wollen wir überhaupt nicht. Interessant war, wie die Russen reagiert hatten. Da war ja gerade Gorbatschow an der Macht. Es war die große Hoffnung auf Perestroika. Und der war ja auch in Peking gewesen, als die Studenten protestiert hatten, die ja gehofft hatten, Mensch, wenn Gorbi kommt, dann wird sich für uns auch was verbessern. Das war überhaupt nicht der Fall. Darauf hat die chinesische Führung überhaupt nicht reagiert auf diese Slogans, die die Studenten gerufen hatten auf dem Platz. Und Gorbatschow selber, der war auch schockiert, als er gehört hatte, was dann letzten Endes an Blutvergießen geschehen war. Die Russen haben drei Tage nach dem 4. Juni eine Erklärung rausgegeben, in der sie gesagt hatten, ja, also das waren Zusammenstöße, es waren Massenproteste der Jugend. Sie haben überhaupt keine Schuldzuweisung getroffen. Also die Regierung in Peking wurde nicht bezichtigt, dass sie jetzt hier die Proteste so brutal und tödlich niedergeschlagen hatten. Gorbi hat gesagt, wir müssen Ruhe bewahren. Das sei eine innere chinesische Angelegenheit. Weil die Russen hatten gehofft, dass auch sie mal, wie die Chinesen Reformen einleiten könnten, erfolgreich dann auch ihre Wirtschaft verbessern könnten, was in China ja zu sehen gewesen war. Und jetzt dieses furchtbare Ereignis, das hat natürlich auch für die Russen als Vorbild nicht mehr dienen können. Deswegen haben sie versucht, da erstmal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Später hat Gorbatschow dann aber gesagt, also wenn er in der Lage der chinesischen Regierung gewesen wäre, er hätte versucht, mit den Studenten zu verhandeln. Das war also eine Reaktion aus Moskau, die anders war als die im Westen, weil sie nicht eine offene Verurteilung von Peking hatte. Jetzt hast du gerade beschrieben, Astrid, wie die kurzfristigen Folgen aussahen für China. Weniger Touristen, weniger Wirtschaftszusammenarbeit mit dem Rest der Welt. Aber man muss sagen, bis heute, wenn man sich China anguckt, wie stark das Land ist, hat dieses Massaker dem Land nicht geschadet. Nein, also Deng Xiaoping, der ja maßgeblich dafür war, dass es so weit kommen konnte, der wollte auch nicht, dass die chinesische Wirtschaft nach unten ging, auf Dauer. Deswegen hat er versucht, die politische Reform von der wirtschaftlichen zu trennen. Er hat die wirtschaftliche Reform weiter befeuert und das hat man dann gesehen, dass der Wirtschaftsboom schnell wieder angezogen hat. Und das sehen wir auch jetzt, weil die westliche Welt war ganz froh, oh, China ist doch wieder ein Land, mit dem wir rechnen können und hat dann, was die Wirtschaft anging, nach wenigen Jahren dann schon die ganzen Einschränkungen wieder aufgehoben, die sie am Anfang eingeführt hatten, sodass der Boom kommen konnte und wir jetzt sehen, dass China die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt ist. Und ja, also da hat Deng Xiaoping sein Ziel erreicht. Er hat die politische Reform total zurückgedrängt und die wirtschaftliche vorangebracht. Erst hat sie in China studiert, dann war sie Korrespondentin und hat auch eine Menge Bücher über das Land geschrieben. Astrid Freieisen war das eben für uns hier in Eine Stunde History. Danke dir, Astrid. Gerne. Tausende Tote auf dem Platz des vermeintlich himmlischen Friedens. 1989, eine Stunde History. Matthias, das hat die Welt natürlich damals gesehen, auch wenn vielleicht nicht immer alle nach China gucken, aber das musste man sehen. Und wie hat die Welt damals reagiert auf das, was da passiert ist? Also man kann wirklich ein Wort nehmen, das war entsetzen. Ich erinnere mich daran, ich war damals junger Reporter beim Westdeutschen Rundfunk und musste darüber berichten. Und wir guckten uns im Studio an und dachten, das kann alles nicht wahr sein. Das sind Berichte von einer fremden Welt, was da stattfindet, weil ja gleichzeitig auch etwas anderes stattgefunden hat. Nämlich in der Sowjetunion war ja Michael Gorbatschow am Werk. Und wir hatten eigentlich alle so gedacht, dass es eine große Reformbewegung gibt. Eben nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in China natürlich. Die offizielle Reaktion war ein sofortiges Waffenembargo gegenüber China. Also die Staaten der westlichen Gemeinschaften haben darauf entsprechend reagiert. Und überall wurde das Massaker natürlich verurteilt. Und wir standen da und sagten, hier wird es Reformen geben. In der Sowjetunion, in vielen anderen Ostblockstaaten, auch in der DDR begann das schon. Und in China drehen sie offenbar das Rad wieder zurück. Du hast es ja auch gerade eben angesprochen, in Deutschland ja auch, in der DDR, im sozialistischen Teil Deutschlands. 3. 4. Juni war das auf dem Tiananmen-Massaker. Da demonstrierten die Leute in der DDR auch schon längst auf den Straßen. Wurden da Parallelen gezogen? Naja, Parallelen nicht direkt. Aber was natürlich deutlich zu spüren war, die hatten Angst. Und zwar, die hatten Angst, dass die DDR-Führung eine sogenannte chinesische Lösung auch sozusagen präferieren könnte und dann entsprechend auch in der DDR losschlagen würde. Die meisten der Demonstranten der DDR haben ja auf Gorbi gehofft, wie er damals hieß, also Michael Gorbatschow, der einen sanften, sag ich mal, Übergang machen wollte vom Sozialismus zum, sagen wir einfach mal, Kapitalismus beziehungsweise zur Marktwirtschaft. Und darauf setzten natürlich auch die DDR-Oppositionellen. Aber sie mussten schon auch mitbekommen, dass die DDR-Führung, ich sag mal zwei Namen, die uns noch bekannt sind, Egon Krenz und Günter Schabowski, das war der Mann, der dann später per Zufall sozusagen die Mauer geöffnet hat. Soweit ich weiß, gilt das ab sofort. Genau, die fuhren also nach Peking oder flogen nach Peking und zeigten dort Solidarität mit der chinesischen Führung, dass dieser Niederschlagung schon zu Recht alles gewesen wäre und dass man wieder Ordnung hergestellt hätte. Das war so ein Zitat von Egon Krenz. Und ein Jahr später, das muss man sich mal vorstellen, ein Jahr später sitzen die Abgeordneten in der DDR-Volkskammer und nehmen das sozusagen alles wieder zurück und entschuldigen sich dafür. Aber das war eben schon 1990, da war in Deutschland die Revolution schon vorbei. Und in China die Studenten schon erschossen worden. Eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Ei, 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 habe ich gerade gesagt. Ei, 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 weil die DDR-Führung damals nach China flog und sich ganz solidarisch zeigte mit der Niederschlagung der Studentenproteste in Peking. 1989, das Tiananmen-Massaker ist unser Thema heute in einer Stunde History. Das war natürlich aber eine Zeit, in der auch in der DDR die Zeichen schon auf Wandel und auf Widerstand standen. Und beteiligt war unter anderem Markus Meckel. Aktiv in der DDR-Opposition, Sozialdemokrat und nach den letzten und auch erstmals freien Wahlen in der DDR für einen kurzen Zeitraum auch Außenminister der DDR. Jetzt bei uns in der Sendung. Tag, Herr Meckel. Einen schönen guten Abend, Herr Dichmann. Da sei etwas getan worden, ich zitiere mal, um die Ordnung wiederherzustellen, sagte die DDR-Führung damals über das Tiananmen-Massaker. Ich würde mal behaupten, dass Ihnen das damals als DDR-Oppositioneller, also wenn ich mal ganz erlaubt sprechen darf, da ist Ihnen vielleicht der Arsch auf Grundeis gegangen. Also das war schon ein ganz wichtiges Signal, das von diesem Tag ausging und von diesem Massaker. Die Studentenproteste waren ja nicht nur an diesem Tag da, sondern hatten sich seit April schon ausgeweitet. Mitte Mai hatte Gorbatschow ja Peking besucht und die Demonstranten, die ja dann auch nicht nur aus Studenten bestanden, hatten ihn gewissermaßen als Hoffnungsträger begrüßt und er ist dann in den zentralen Bauern durch einen Seiteneingang gegangen. Also das heißt, es war eine Dynamik, die durchaus mit dem zusammenhing, was wir auch selber erlebten. Was denn in Polen schon der runde Tisch auf dem Weg war und am April schon abgeschlossen hatte, in Ungarn hatte man die Mauer sozusagen schon abgebaut, was wir aber erst kurz danach erfahren haben. Heute wissen wir, das war schon im Frühjahr der Fall. Das heißt, die Situation war im Gehren. Ich war im Oktober 88 in Ungarn gewesen und hatte erlebt, was da in dieser Gesellschaft schon möglich war. Wir selber, in diesem Fall muss ich sagen, zu zweit, Martin Gutseide und ich hatten am Anfang des Jahres beschlossen, eine sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen und wir waren in den Vorbereitungen dazu. Noch waren wir nur zu zweit, aber es war eine wirklich gährende Situation. Wir hatten ja die Kommunalwahl, um auch daran zu erinnern, am 7. Mai, wo dann erstmalig die Opposition beweisen konnte, dass die Wahlen gefälscht waren. Auch das gab nochmal einen großen Aufschub. Und dann dieses Massaker. Krenz begrüßte als Kronprinz Honeckers dies und fuhr auch hin. Auch die Volkskammer hat im Juni das dann auch noch begrüßt. Das war ein wirklich beängstigendes Signal. Wenn ich das sagen kann, am gleichen Tag noch ein anderes Signal gab, nämlich die halbfreie Wahl in Polen. Insofern hat der 4. Juni wirklich so ein Doppelgesicht. Einerseits, dass es hier eine halbfreie Wahl gab, bei der Solidarność gewonnen hat, wo dann 8 Wochen später der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident daraus hervorging. Also so ein Aufbruchssignal auf der einen Seite? Und die eine Seite und auf der anderen Seite dann eben dieses furchtbare Signal mit Hunderten, ja wahrscheinlich Tausenden von Toten. Die Zahlen sind bis heute nicht wirklich gesichert. Das war ein Signal, das Angst gemacht hat, weil gerade die SED-Führung sich darauf positiv bezog und damit ein klares Signal gab. Hatten Sie eigentlich damals irgendwie Kontakt zu den Studenten und auch den anderen Demonstranten in China? So, ich sag mal, internationale Vernetzung der Opposition. Kannten Sie sich untereinander? Nein, man kannte sich nicht. Man hatte davon nur auch, das nur aus den westlichen Nachrichten gehört, Kontakte nach China. Das war völlig undenkbar für uns in dieser Zeit. Hat Sie das aber vielleicht inspiriert, was Sie da in China gesehen haben? Naja, es war natürlich eine Bewegung, wie ich sagte, die wir in Mitteleuropa schon hatten. Und man kann, glaube ich, eher sagen, dass in China bekannt war, was in Mitteleuropa, in Polen und Ungarn da war. Und natürlich schauten die auf Gorbatschow. Deshalb war eben wirklich auch dieser Besuch Gorbatschows Mitte Mai in Peking ein solches Signal, das Enthusiasmus gemacht hat. Und Gorbatschow wurde, so wie in Europa bejubelt wurde, wurde ja auch in China bejubelt, aber nicht zur Freude der chinesischen Führer. Sie haben gerade schon das Wort Angst in den Mund genommen, Herr Meckel. Hatten Sie damals auch Angst, dass die DDR-Führung jetzt vielleicht, ich sag mal, die chinesische Lösung suchen wird? Also sie versuchte, diese Angst zu machen und diese Bedrohung auszusenden. Ich selber habe daran nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass dies in der Mitte Europas zu diesem Zeitpunkt noch möglich wäre. Vielleicht war das vermessen, aber ich habe es nicht geglaubt. Herr Meckel, Sie waren dann kurz Teil der DDR-Führung, der letzten DDR-Regierung, als letzter DDR-Außenminister für einige Monate. Haben Sie dann eigentlich in dieser Funktion die Gelegenheit genutzt, das nochmal zurückzunehmen, dass die DDR als Staat dieses Massaker gut geheißen hat? Oder war das dann letzten Endes irgendwie auch egal? Na, das war nur sowieso klar. Wir haben uns nach der freien Wahl, und das ist ja dann wirklich noch ein ganz schönes Stück weiter, die Entwicklung verlief ja gewissermaßen in wenigen Wochen wie sonst in Jahrzehnten, dass wir nach der freien Wahl dann im März haben wir am 12. April mit der Konstituierung des Parlaments eine Erklärung verfasst, in der wir uns in die deutsche Verantwortungsgeschichte gestellt haben, in der wir uns zu den Verbrechen des Nationalsozialismus bekannt haben, in der wir sagten auch gegenüber dem jüdischen Volk und Israel, eher wir wollen die Beziehungen normalisieren. Die DDR hatte ja keine diplomatischen Beziehungen. Aber auch gegenüber den Völkern der Sowjetunion, die ja auch neu im Aufbruch waren, oder den Polen und den Tschechen. Die Anerkennung der polnischen Grenze, all das war ein Thema, die für uns zu tun hatten mit dieser Verantwortung, die die SED immer geleugnet hat. Und einschließlich des Einmarschs 68 haben wir uns zu unserer Schuld und Verantwortung bekannt, nicht wissend, dass übrigens 68 im letzten Augenblick die Sowjets entschieden haben, Deutsche marschieren hier nicht mit ein, damit mich solche alten Bilder erinnern an das Jahr 1938, als Deutsche dann in die Tschechoslowakei damals einmarschiert waren und es besetzten. Also diese Frage der Verantwortung vor der Geschichte war auch für den Prozess der Deutschen Vereinigung eine ganz zentrale Dimension unserer Politik. Sagt der letzte DDR-Außenminister Markus Meckel bei uns in einer Stunde History. Danke Ihnen, Herr Meckel. Bitte, sehr gerne. Also ich habe keine genaue Zahl finden können. Keine genaue Zahl der Toten auf dem Platz des himmlischen Friedens nach dem Tiananmen-Massaker 1989, eine Stunde History. Und vielleicht sind wir damit auch schon direkt beim Kern des Problems, zumindest aus heutiger Sicht, worüber wir jetzt auch noch mit Axel Dorlau sprechen wollen, unserem Korrespondenten für Peking und China. Hi Axel. Hallo. Sprechen die Chinesen über dieses Massaker? Arbeiten Sie es auf? Zählen Sie auch die Opfer, wie ich es jetzt gerade geschildert habe? Ich habe nämlich keine Zahlen finden können. Wie sieht das aus? Ja, es gibt gerade zu den Opferzahlen ja verschiedene Angaben. Es gibt die Angaben von mehreren hundert. Es gibt auch einige Quellen in USA und England, die behaupten, das seien einige tausend. Man muss aber sagen, bezogen auf diese Frage, sprechen die Chinesen darüber? Nein, eine Aufarbeitung findet in China nicht statt. Zunächst mal ist es schwer, überhaupt an Quellen zu kommen. Also China, Staats- und Parteiführung hält Dokumente, Statistiken und Zeugenaussagen von damals unter Verschluss. Sie schweigt zu dem Thema. In China ist das Massaker von 1989 weiterhin und weitgehend tabu. Also keine Zeitung greift es hier auf. Es redet niemand öffentlich darüber. In den Schulbüchern finden die Ereignisse nicht statt. Es gibt auch keine kritische historische Forschung an Chinas Universitäten dazu. Und auch im Internet sind die Suchbegriffe dazu blockiert. Wir haben einen der führenden Studentenvertreter von damals im Rahmen unserer Recherchen besucht, der heute in Taiwan im Exil lebt, der die Volksrepublik seit 30 Jahren nicht betreten darf. Und wenn man seinen Namen in die Suchmaschine Baidu eingibt, das ist ja die chinesische Version von Google, dann wird diese Suche blockiert. Also dann kommt nur eine Fehlermeldung. Die staatliche, die offizielle Seite, Axel, da hast du gerade gesagt, die schweigen. Das heißt, es gibt jetzt auch keine irgendwie Selbstvergewisserung vielleicht des Staates. So nach dem Motto, ey, wir haben damals richtig gehandelt. Ja, das schon. Die Ereignisse von 1989 gelten weiter als antirevolutionäre Tumulte, als Aufruhr, als Ausschreitungen. Also politischer Sturm oder Zwischenfall. Das sind auch immer gängige Formulierungen, die Chinas politische Führung gerne verwendet. Und die Entscheidung damals, die Proteste militärisch und gewaltsam niederzuschlagen, die gilt in China weiter als richtig und als notwendig. Also es gibt bis heute keine historische Neubewertung der Ereignisse. Und wenn die chinesische Regierung darauf angesprochen wird, was ja hier gerade internationale Journalisten bei uns manchmal tun, dann verweist sie sehr schnell auf die wirtschaftlichen Erfolge der vergangenen 30 Jahre im Land. Also das wird dann als Beleg dafür angeführt, dass der Weg nach 1989 richtig war. Der Weg, der ja bis heute auf der Formel Wohlstand statt Freiheit beruht. Und die chinesische Regierung betont auch gerne, dass dieser Weg dem Wunsch aller Chinesen entspreche. Das ist vermutlich ein bisschen übertrieben. Aber tatsächlich, ein Großteil der Bevölkerung in China steht hinter der Politik der Staats- und Parteiführung hier in Peking. Auch wenn es belastbare Umfragen dazu nicht gibt. Aber die politische Führung in Peking, die will definitiv keine Neubewertung. Sie hat Angst vor einer Debatte darüber und in der Konsequenz auch Angst vor einem Schneeball-Effekt, der dann zu neuen Protesten oder zu Destabilisierung führen kann. Heißt, es gab auch nie ein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung, egal ob jetzt hunderte oder tausende Tote? Nein, das gab es bis heute nicht. Das ist ja auch eine Kernforderung der wenigen Interessenvertreter, die es in diesem Bereich gibt, die das auch in öffentlichen Briefen sozusagen immer wieder tun. Das heißt, es gibt sowas wie hinterbliebenden Gruppen oder so in die Richtung? Das gibt es, genau. Die Interessenvertretung der Opfer, das sind hier im Festlandchina vor allem die sogenannten Mütter von Tiananmen. Also Mütter, die 1989 ihre Kinder verloren haben. Und für diese Angehörigen der Opfer ist dieses erzwungene Vergessen natürlich schlimm. Sie fordern im Prinzip drei Dinge von der chinesischen Regierung. Wahrheit, Verantwortlichkeit und Entschädigung. Also folglich auch eine Neupositionierung zu den Ereignissen. Aber ihr Protest ist nicht gewollt. Sie werden gewarnt, sie werden sofort verhaftet, wenn sie kollektiv etwas organisieren, wie einen Sitzstreik, den es vor einigen Jahren hier schon mal gab. Einige Familien gehen jedes Jahr am Morgen des 4. Juni zum Wuhan-Friedhof, dort wo viele der Opfer liegen. Da werden sie dann von der Polizei begleitet und hingebracht. Also das wird alles sehr eng begleitet. Und auch dieses Jahr haben sie wieder einen offenen Brief an Chinas Staats- und Parteiführung geschrieben. Mit ihren Kernforderungen, also Entschuldigung, historische Aufarbeitung und Verantwortlichkeit. Passiert ist aber nichts, keine Reaktion, nur Unterdrückung. Und die Hinterbliebenen der Opfer, die sterben langsam weg. Also es gab mal über 170 organisierte Mütter von Tiananmen. Jetzt sind es noch ungefähr 120, also fast ein Drittel ist schon gestorben. Und erreicht haben sie 30 Jahre nach den Ereignissen nicht wirklich etwas. Die chinesische Führung bewegt sich nicht. Es gibt offiziell keine Debatte zum Massaker am 4. Juni 1989. Alles noch, Axel, ich war selber mal auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und mal abgesehen davon, ob darüber gesprochen wird, konnte ich da auch nichts sehen, was irgendwie an dieses Massaker erinnert. Also so eine Art öffentliche Gedenkkultur gibt es auch nicht. Gibt es auch nicht. Also den Tiananmen, das hast du ja dann wahrscheinlich auch gesehen, den gibt es heute noch genauso wie 1989 im Prinzip. Der hat sich seitdem nicht viel verändert. Nur, dass sich die Sicherheitsvorkehrungen dramatisch erhöht haben in den letzten Jahren. Es ist eine Art Hochsicherheitsplatz geworden, auch natürlich, weil er politisch behaftet ist. Auf den Platz zu kommen ist mittlerweile ähnlich aufwendig wie die Kontrollen an einem Flughafen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das Pflaster auf diesem Platz, das hatte nach 1989 noch Spuren von Panzerketten, die den Beleg damals kaputt gefahren haben. Das war aber nach einem Jahr alles repariert. Es gab auch in den Gassen rund um den Platz, wo ja die meisten Menschen erschossen wurden, in diesen Gassen gab es Einschusslöcher. Die sind aber auch komplett verschwunden. Wer die historischen Bilder genau kennt, der findet noch Orte. Der kann durch Peking gehen und noch Orte von damals finden. Also zum Beispiel das Peking Hotel, aus dem dieses berühmte Foto geschossen wurde. Der Mann mit den beiden Taschen in der Hand, der sich den Panzern entgegenstellt. Aber du sagst es ganz richtig. Es gibt kein Denkmal, kein Erinnerungsstein, keine Gedenktafeln, die in irgendeiner Form an das Geschehene von 1989 erinnern würden. Ich habe im Zuge meiner Recherchen einen Maler und Fotografen getroffen, der damals als 17-jähriger Soldat auf dem Platz des himmlischen Friedens im Einsatz war. Der hat damals nach den Ereignissen die Militär den Rücken gekehrt und aus Fotos, die er gesammelt und teilweise selbst geschossen hatte, Bilder gemalt. Über 20 Bilder mit Szenen vom 3. und 4. Juni rund um den Platz des himmlischen Friedens. Und die sind alle von der chinesischen Staatssicherheit beschlagnahmt worden. Also selbst Spuren, die Künstler zu diesem Ereignis schaffen, die werden vernichtet. Unser Mann in Peking, unser Berichterstatter für China, Axel Dorloff, war das eben hier bei uns in 1 Stunde History. Danke dir, Axel. Gerne. Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History. In China gingen die Menschen auf die Straße, um das System zu verändern. Und gedankt wurde es ihnen mit Knüppeln und Gewehren. Und tausende starben auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Matthias, da übrigens heute hier bei uns in 1 Stunde History. Und ziemlich genau gleichzeitig, das haben wir ja vorhin schon mal angeschnitten, ging es auch in Deutschland los, dass die Leute anfingen, auf die Straße zu gehen, nämlich im Osten Deutschlands, in der damaligen DDR. Am Ende sollte die Mauer fallen, wir kennen die Geschichte. Also ähnliche Geschichten in China und Deutschland, andere Resultate. Ganz genau. Aber die Ursachen, glaube ich, waren schon auch ähnlich. Also das verstarrte, völlig verknöcherte, veraltete, marode und heruntergewirtschaftete System, sowohl in China als auch in den Ostblockstaaten, als auch natürlich in der Sowjetunion, ist den Leuten dermaßen auf den Zeiger gegangen, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt dagegen demonstrieren und wir müssen versuchen, das zu verändern. Sie wollten es ja gar nicht auflösen, sie wollten es reformieren. Sie wollten das schon im Prinzip beibehalten, aber sie wollten es eben reformieren. So, und wenn du dann mit entsprechenden staatlichen Gewaltmaßnahmen reagierst, dann wirst du das erleben, was du in China hattest, nämlich eben diese Toten und diese nackte Gewalt, die dort herrschte. Oder eben dieses System wird sich tatsächlich erübrigen, weil wenn du nicht die Ursachen erkennst und sie auch möglicherweise löst und den Leuten auch in gewisser Weise entgegenkommst, dann werden sie sich von diesem System abwenden. Und das Dritte, was man noch sagen muss, ist, wenn solche Prozesse und solche Aufstände im Lande sind, dann ist der Aufwand, den der Staat betreiben muss, diese zu unterdrücken, immens hoch. Und das Geld, das Personal und die Zeit, die dabei drauf geht, fehlt woanders und macht dieses System immer weiter kaputt. Das kann man am Ende von vielen Diktaturen beobachten, wenn Aufstände und wenn kleinere regionale Konflikte immer stärker werden und eben Staatsmacht sich damit beschäftigen muss. Wenn wir jetzt China vergleichen, heute und vor 30 Jahren, Matthias, muss man natürlich erstmal feststellen, heute ist China ein wirtschaftlicher Riese auf dieser Welt, vielleicht das stärkste wirtschaftliche Land überhaupt. Aber jetzt nochmal so mit Blick auf den Umgang mit der eigenen Bevölkerung, mit der Opposition, Thema Menschenrechte, sieht es immer noch nicht so richtig gut aus. Also ich finde es zumindest außerordentlich schwierig. Auf der einen Seite werden die Menschen überwacht, sie werden bestraft für Fehlverhalten. Da gibt es jetzt dieses Punktesystem. Wenn du viele Punkte hast, kriegst du viele Boni. Wenn du wenig hast, kriegst du gar nichts. Also insofern ist diese lückenlose Überwachung von Ballungszentren, zumal finde ich jedenfalls relativ kompliziert und schwierig und ich möchte das auch so nicht haben. Weil nämlich auch als kleines Abfallprodukt davon, jede Art von Opposition, jeder Widerstand ist sofort erkennbar. Irgendwo in irgendeiner Kamera wird das zu sehen sein und irgendjemand wird entsprechend darauf reagieren. Wenn du einen Poster aufklebst, bist du sofort auf der Kamera. Aber, das muss man ja auch bedenken, damit wird natürlich eine große Sicherheit generiert. Es gibt natürlich Kriminalität, aber sie muss man sich mal vorstellen, das ist ein riesig großes Volk, ein unglaublich großes Land und dafür passiert eben dort relativ wenig. Aber diese so generierte Sicherheit geht auf Kosten der individuellen Freiheit und das ist in der westlichen Welt ein hohes Gut. Das steht über allem und das kann auch nicht unter eine so generierte Sicherheit oder irgendein kollektives Sicherheitssystem fallen. Also, bei uns ist sowas nicht vorstellbar und auch nicht denkbar und es wäre bei uns ein Verstoß gegen die Menschenrechte, also zum Beispiel gegen Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Aber in China wird das eben in Anführungsstrichen nicht so wichtig genommen, dafür ist eben wichtiger der Kampf gegen Terror und Kriminalität. Dank dir Matthias. Und damit lassen wir für diese Woche auch China, China sein. Mehr über China, zum Beispiel über den großen Sprung nach vorn oder auch über die chinesische Mauer findet ihr übrigens in unseren bisherigen Folgen 1 Stunde History. Einfach mal bitte gerne alles durchstöbern, was wir so gemacht haben. Bevor wir nächstes Mal dann wieder zurück nach Europa kommen. 1389 nämlich, vor 630 Jahren, wird auf dem Amselfeld gekämpft. Auf dem Kosovo-Polier. Da könnt ihr euch vielleicht schon denken, worum es denn nächste Woche geht. Nämlich um den Kosovo und die Geschichte dieses Stück Landes. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de